Kurz bevor es losgeht, Leute, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, kommt in meinen Discord rein und checkt auf jeden Fall mein Twitch ab, lasst da auch ein Follow und aktiviert die Vlog und ab ins Video. Security, du hast einen fucking Taser. Was bist du für Security, Junge? Was bist du denn da? Was bist du dann, hä? Boah, wird dir getanzt hier ins Land? Äh, jetzt mal alle Kerle bitte raus. Ey, ich bin ein männlicher Stripper, wo sind meine Make-up hier? Ja, raus. Ja, bitte raus jetzt. Stript ihr jetzt hier für Geld? Habt ihr eure Seele an den hier verkauft? Wie ist es? Denk einfach raus hier, komm, nimm mal deine Männer, nimm mal deine Männer. Wir gehen jetzt raus, wir gehen raus. Ey, Jibbit, die haben, guck mal, die drei Mädchen haben ihre Seele an den Teufel da verkauft. Ey, was geht? Wie, du willst meine Nummer haben? Ganz kurz, eine Frage. Kannst du mir den Weg zu meiner Nummer bitte sagen? Achso, du willst meine Nummer haben? Das ist leider eine Einbahnstraße. Ja, die falsch, ja. Meine Nummer ist, meine Nummer ist die... Junge, halt es wohl, ich war vor dir da. Junge, was willst du? Nein, nicht auch, Franz. Was willst du? Scheiße, jetzt habe ich die wegen dir geboten. Das ist kritisch, Digga. Oh, das ist geil. Rass dich, Junge. Siehst du, was ich für ein harter Macker bin? Ey, 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 okay, 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 okay. Ey, chill, chill. Du kannst sie haben, Digga, chill. Ja, nee, die Kanzler haben, die ist eingebildet. Ist die eingebildet? Ja, ja. Jibbit, wo bist du? Jibbit. Ist überhaupt eine Pfund, hallo? Ey, Berko? Ja. Ich habe die Nummer von der geklärt, ich habe die jetzt. Ja, nee, die Kanzler haben, die ist eingebildet. Ist die eingebildet? Ja, ja. Kommt mal rein jetzt, sie haben gestartet. Ja, was? Stimmt hier alles soweit? Stimmt hier alles soweit? Ja, ja, Chef. Wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen hämmern. Ich glaube, ey, wechsel was. Verstehst du? Kommen Sie hier oben im Rennen raus. Der Herr, was ist denn hier los? So. Guten Tag, der Herr. Das Oberdeck haben wir schon mal fertig repariert. Ja, genau. Da wartet der Chef gerade an. Ich sage mir, bitte. Oder was passiert hier? Jeder schießt auf jeden. Jungs, wir wollen einen Raub machen. Draußen wird rumgeschossen. Wir wollen nicht verhandeln, Digga. Modi, wie lange noch? Die stürmen, die stürmen, die stürmen, die stürmen. Sie sind voll chillig. Kommen Sie raus. Oder wir werden ran. Der Herr, was ist denn Ihr Problem? Der Herr. Wer redet denn hier? Hallo. Die stürmen rein. Die sind reingestürmt. Ich habe hier einen getötet, Jungs. Der schießt einfach. Was passiert? Ich habe noch einen geholt. Warum knallt? Ja, wollte ich hier reinpushen, Digga. Die Dummköpfe. Die pushen hier rein. Ja, okay. Dann knallt ihr ab, knallt ihr ab. Juppit, lebst du noch? Ich habe den gefällt. Ey, du, Fake-Crip. Warum Fake-Crip, Digga? Sag mal deinen G-Check. Ja, kann ich gerne sagen. Ja, sag, komm. Ja, okay. Ja, musst du erstmal aufmachen, um abzulesen. Fake-Crip, Digga. Digga, was für... Fake-Crip, Junge. Komm, für wen cripsst du, Digga? Für welche Dings? Ja, daran merke ich, Digga, was für ein Crypt du bist, Digga. Schämst du dich nicht? Digga, was denn? Schäm dich, Digga. Schäm dich, Digga. Schäm dich. Ich kann den G-Check. Ja, sag, komm. Warum willst du das denn wissen, Digga? Ja, ich will gucken, ob du ein Fake-Banger bist, Digga. Ja, wahrscheinlich bin ich ein Fake-Banger. Ja, du bist ein Fake-Banger. Du bist ein Full-Color-Banger, du, Digga. Was bist du für einer? Ja, Digga. Ja, Digga. Komm, sag doch deinen G-Check. Ja. Sag doch, Digga, komm. Weißt du, wie lange der ist? Ja, es juckt mich doch nicht. Sag doch einfach. Was war das, Digga? Richtige Oma warst du gerade, Digga. Wie hast du das abgelesen? Wie eine Oma, Digga. Hä? Was ist denn los, der Herr? Hallo. Ja. Tanken Sie mal ein Ableib. Viel ausein. Ja, gleich. Ich muss das kurz tanken, dann. Gerne. Sind Sie, sind Sie F.I. Bieler oder was sind Sie? Okay, aber mit Ihrem Ausweis. Ja, ja, ich tank kurz zu Ende dann, wie gesagt, gebe ich Ihnen was. Was sind Sie, wenn ich fragen darf? F.I. Bieler. Seit wann machen F.I. Bieler allgemeine Verkehrskontrollen? Wenn wir den Verdacht haben auf Personen, die scheiße fahren, sagen wir es mal so. Oh, 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 okay. Ja, ich müsste das kurz aus meinem Handschuhfach holen. Alles gut. Willst du aber auch ziehen, damit du nicht wegfahren? Alles gut. Gut, Moment. Okay, dann gucken wir Ihnen was hat passiert. Mhm. Der Hüchser. Scheiße. Was füllst du mal? Wer bist du, Junge? Was machst du mal im Auto? Junge, was füllst du mal im Auto? Das ist doch mein Auto. Was redest du? Ist es dein oder mein Auto? Das ist mein Auto. Tu mich so. Hey, warum bist du nicht rausgesprungen, Digga? Was machst du da? Hey, Junge, Mann. Hey, die Dame. Ja? Wann haben Sie Feierabend? Wann haben Sie Feierabend? Wollen Sie mich auch früher Feierabend machen und Kaffee trinken gehen? Ja, wenn Sie falsch parken. Nee, dafür habe ich heute leider keine Zeit. 10.34 kriege ich ihn vor. Ich habe heute auch keine Zeit. Und haben Sie morgen Zeit? Ich weiß gerade nicht, was ich morgen noch vorhabe. Ja, wenn du willst, können wir mal so auf den Candlelight-Dinner, weißt du, du und ich. Nee, wohl eher kein Candlelight-Dinner. Ja, ich will auch nichts von dir, Digga. Was willst du? Sie müssen mich nicht schlagen, bitte, der Herr. Panda, wo ist Panda gerade? Lassen Sie mich los sofort. Lauf, 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 lauf. Ey, was die Leute nicht los. Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich los. Ich lasse sie los. Ich lasse sie los. Lassen Sie mich los. Alles gut. Ich habe den Schaden eingesteckt, nicht sie. Lassen Sie mich los. Ich wollte Ihnen zeigen, was ich für ein Mann bin. Sie können mich doch nicht einfach so tragen. Was ist das? Ich trage sie, wie ich will. Hast du eine Dashcam? Natürlich. Auf einer grünen Wiese ist das nicht erlaubt. Hörst du mir eigentlich zu? Was? Cool, nee, warte, dann hole ich jemanden da her. Und was geht es denn, der Herr, der Polizist? Ist tragen. Ah, willst du direkt für sie einspringen? Bist du ein Held? Bist du ein Ritter oder was? Fahr doch. Deine Fresse, Junge. Fahr doch. Wer bist du? Fahr du doch, Kek. Bist du mein Vater oder was? Ja, ich bin dein Vater. Ich bin deine Mutter. Wollt ihr jetzt... Ey, wo ist der Call? Wo ist der Call? Ja, wo ist der Call? Hallo, warum schießt du? Hör doch auf. Wo ist der Call, Digga? Junge, warum schießt der? Hallo. Hör doch auf. Hey, hör auf, Mann. Was soll das? Du mit dem Hut. Ja? Wie heißt du? Lukas? Lukas. Hör mir zu, ab heute heißt du nur noch Mehmet, okay? Mehmet? Ja. Okay, warum? Salamu alaikum. Du bist der Auserwählte. Ah, hey. Guck mal, da ist mein Cousin, der heißt Hakan. Hallo, Hakan. Ich heiße nicht Hakan, ich heiße Tariq Elzehn. Ja, Tariq, dann zeig dir mal was Krasse ist. Oh, geil, Alter. Das ist Krasse-Shit, Digga. Das ist Krasse-Shit, Digga. Lacht ihr die Krasse? Ja! Sie lachen gerade. Ich habe ihr gesagt, wie so ein Kruselfilm. Kruselig ist der Geil. Es ist Dachfula, Digga. Es ist Dachfula, Junge. Ey, Jungs. Sika. Sorry, Jungs. Ja, ja. Von wem seid ihr? Sons of Enarchy. Sons of was? Sons of energy. Sons of business. Warum bleibst du denn so? Wen habe ich beleidigt? Ja, mich und meinen Kollegen. Doch, hast du. Deine Schnauze, Junge, ich habe dich nicht beleidigt. Was fährst du mich um? Hallo, hallo. Ja, weil du mich hier grundlos anhältst, Digga. Und sagst, ich habe dich beleidigt. Auschen, das knallt, auschen, das knallt. Ja, Digga. Chillt doch mal, Digga. Was ist los mit euch? Ey, Pedila, sehen Sie das nicht, Lan? Die wollen mich hier ficken. Ey, Waffen runter. Pedila, sehen Sie das? Waffen runter. Digga, guck mal, wer... So, kleiner Eier. Komm, einmal 1034 am Meeting-Point. 1034, der Herr. Ja, 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 ja. Komm, wir fahren. Fick nicht mit Papa Start, Digga. Das passiert sonst mit euch. Den werde ich ficken jetzt, Digga. Hast du Pech gehabt, ne? Pech gehabt. Was ist Ihr Problem, der Herr? Hier im Laden. Was hat ein Kollege zu mir gesagt? Ich wollte freiwillig den Laden verlassen. Den Brauchis füllen. Den Brauchis füllen. Weil die Polizistinnen anscheinend unfähig sind. Was ist das denn los, der Herr? Das ist wirklich für die Zeige, weil man lässt mir nur einen Brot kaufen. Ich stelle mich fest. Ich stelle mich fest. Ich stelle mich fest. Ich stelle mich fest.